Ich zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Es gibt den Spruch, zeig mir deine fünf engsten Kontakte und ich sag dir, wie viel du verdienst. Also es gibt ja zum Thema Umfeld viele Sprüche. Der eine ist mehr abgedroschen, der andere weniger abgedroschen. Aber irgendwie steckt in allem irgendwo ein bisschen Wahrheit drin, würde ich so behaupten, oder? Weil es ja de facto irgendwie auch so ist. Ich meine, man muss ja nur gucken, wie man selber aufgewachsen ist. Oder vielleicht kennst du Leute, die besser situiert sind, wohl situiert sind, in welchen Kreisen die sich meistens aufgehalten haben. Wenn ich überlege, wie wir, also jetzt ich, in Speyer damals, also Speyer ist ja mittlerweile schon eine kriminelle Stadt. Damals war das halt Speyer, das Vorstadt, das Stadt, idyllisch schlechthin hier in der Pfalz, mit dem Speyerer Dom, Weltkulturerbe und sowas, hast du nicht gehört. Aber dennoch gab es da die eine oder andere Ecke. Da wollte man nicht hin oder ist man hin, dann muss man halt eben gucken, wer man ist, wie man sich dem Ganzen stellt. Ob man sich dem Ganzen stellt oder auch einfach, sage ich mal, so wie es war, umso geringer die Bildung, umso höher das Gewaltpotenzial. Ich bin ja auch auf der Hauptschule, ich war auf der Hauptschule, habe da auch mal eine mittlere Reife gemacht. Und da war halt eben alles bunt gemischt, alle Konsorten, sei es dann wirklich die Aussiedlerquote, unsere Ausländerquote. Damals, zu dem Zeitpunkt war ich ja selber doch Asylant, geduldet in Deutschland, aber unbefristet in Passport. Ich denke, dass da das auch ganz anders gehandelt wurde, im eigenen Umfeld, dass man sich halt eben nicht vieles hat gefallen lassen und hat irgendwie die Ellenbogen rausfahren müssen. Das Ding ist ja bloß, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt, die Jahre, wir sind ja alle erwachsen geworden, die einen sind ein bisschen erwachsener, die anderen halt eben nicht. Dass viele auf diesem Film ihres Umfeldes hängen geblieben sind und nach wie vor so tun, als wären sie, keine Ahnung, Al Capone, Al Capone oder wie sie alle heißen, die Vorzeigegangster und fühlen sich in der Rolle halt eben auch wohl. Aber die sind in der Rolle halt eben nie entwachsen, weil sie in ihrem Umfeld so die Anerkennung anscheinend hatten, aber auch wiederum so auch wahrscheinlich Erfolg hatten in ihrem Leben. Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin zweigeteilt, weil ich finde, man kann es nicht so über einen Kamm scheren. Jeder macht aus seinem Leben, was er draus macht und jeder wählt sich ja irgendwo sein Umfeld letzten Endes doch selbst aus. Klar kann man sagen, der eine ist halt wohl situierter geboren, der andere so, aber ganz ehrlich, ich kenne jemanden, der ist wohl situiert geboren oder der ist gar nicht wohl situiert geboren, sondern die Familie hat sich selber, also ich sage mal so, der Vater hat sich selber vom Kfz-Mechaniker zum Berufsschuldirektor für Kfz hochgearbeitet. Ja, also hat nochmal ein Studium gemacht, während er seine Kinder großgezogen hat mit der Frau, die Friseurin war. Also die haben sich wirklich was erarbeitet von der Pike auf und der eine Sohn, ich sage mal, die zwei Kinder davon sind in einen normalen Werdegang gegangen und der andere Sohn war letzten Endes drogenabhängig, aber überhaupt nicht blöd, also hoch, hochintelligent, ja. Irgendwie kam er nicht so richtig mit dem Wohlstand zurecht, den die Eltern sich aufgebaut haben oder mit dieser Mittelschicht, weil er halt so, weiß ich nicht, so ein bisschen in die linke Szene gerutscht ist, ja. Ja, aber das ist ja, ist ja normal, sage ich mal, ist normal, also halt in einer situierteren Umfeld groß geworden. So, ich selber, wenn ich mich nehme, war ja auch auf der Hauptschule, ja, mit Sicherheit hatte ich jetzt nicht kein kriminelles Umfeld, sagen wir es mal so, aber ich hatte mit Sicherheit kein Umfeld, das Karriere machen wollte und mehr vom Leben wollte und mehr erreichen wollte. Also mehr wie, ich gehe acht Stunden in die Fabrik arbeiten und dann, keine Ahnung, nach Hause, also ohne das jetzt negativ zu meinen, war einfach nett. Ich meine, meine Mutter hat ganz normal als Konditorin in der Fabrik gearbeitet. Ja, aber jetzt auch bei mir, wie ich aufgewachsen bin, die wenigsten hatten wirklich Ambitionen, irgendwas aus dem Leben zu machen. Für mich war das gerade der Antrieb, mehr aus meinem Leben zu machen, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint oder negativ gemeint, aber wenn ich mir meine Eltern angeguckt habe, dass die jetzt ein schlimmes Leben hatten, im Gegenteil, mein Vater hat sich auch super viel erarbeitet, der war selber auch nur auf der Hauptschule. Meine Mutter, wie gesagt, hat sich auch mega viel erarbeitet, wenn man mal überlegt, dass sie, wie nennt man das, Auswanderer ist oder was? Unbefristet in Passport. Ja, unbefristet in Passport, also aus Malaysia hierher gekommen ist, keine deutsche Sprache konnte nichts und war dann Konditorin in der Firma, wo sie war und hat da auch einige Achievements gemacht. Also in ihre Richtung haben die sich alle weiterentwickelt und was gemacht. Aber für mich war halt einfach, keine Ahnung, wie das bei euch war, aber bei uns schon gefühlt auf der Hauptschule ging es immer ums Geld. Also irgendwie jedes Gespräch, sogar als Kind, ging schon darum, ob sich jetzt jemand die Käsestange am Kiosk leisten kann oder nicht. Ob sich jemand, keine Ahnung, generell Geld dabei hat. Das war bei uns nicht davon, ne. Also bei uns war es so, der eine hatte halt... Klar, hau ich nur 50 Penning oder mal Mac oder sowas, dann kann ich mir das O-Dynamics holen oder sowas. Bei uns ging es immer nur darum. Und wenn ich überlege so, die Gespräche immer so, aha, kein Geld und ach nee, wir haben kein Geld und alles so, da ja, wie das halt so ist. Und diese Gespräche habe ich damals schon so abgefuckt, dass ich mir gesagt habe, erstens, ich will in meinem Leben von keinem Mann abhängig sein. Ich werde mir selber was aufbauen und ich werde keinen mehr fragen, ob ich mir irgendwas kaufen darf oder sonst irgendetwas. Als Kind, stell dir mal vor, da war ich zehn Jahre alt. Lol. Da habe ich gesagt, nee, ich entscheide über mein Leben selbst. Und das war für mich so der Antrieb, zu sagen, ich will mehr aus meinem Leben machen. Obwohl, wie gesagt, mein Umfeld dort war kein kandioses Umfeld. Das haben wir ja öfters mal so das Thema gehabt, dass du ja komplett anders aufgewachsen bist als ich. Also ich sehe auch immer, nicht nur mich, sondern auch uns Geschwister, uns Kinder, wie wir in der Gesamtheit aufgewachsen sind. Die einen davor noch ein bisschen krasser, aber wir haben auch einiges durchmachen müssen. Da waren nie wirklich große, also ich kann nicht sagen, es war nie wirklich große Ambitionen, Karriere zu machen. Es war viel wichtiger, was ist morgen? Also du hast gar nicht so langfristig gedacht, ob ich jetzt eine Karriere mache, ob ich jetzt den richtigen Lehrberuf auswähle. Klar, es hieß dann immer, gehe ich studieren oder was weiß ich nicht. Als mein Vater noch gelebt hat, da war man ja ganz klein, da hieß es immer, werde Elektriker. Da gehe ich auf Baustelle, kann ich noch ein bisschen schwarz arbeiten. Und das lassen wir drin. Ich habe noch nie schwarz gearbeitet, aber das war halt eben so der Ansporn. Kann ich ein bisschen hier, kann ich ein bisschen da, Leitung verlegen, nach Feierabend, 100 Mark in den Jepp und fertig. Ja, aber bei uns war es ja auch nicht anders. Es hätte nie jemand gedacht, dass ich mal studiere. Also selbst als ich gesagt habe, ich möchte studieren, haben, also meine Familie hat ja nicht Juhu geschrien. Die haben da kritisch geguckt und haben gesagt, okay. Die haben jetzt vielleicht nicht gesagt, schaffst du das oder so, aber man hat halt gemerkt, dass sie es gedacht haben. Also, weil es war eigentlich klar, mittlere Reife muss gemacht werden auf der Hauptschule, ja. Zehnte Klasse muss in der Tasche sein und dann eine Ausbildung. Für meine Oma war immer so, ich soll ins Büro gehen, so Sekretärin oder Bürokauf. Ja, das ist es genau. Oder, 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 wird Bankerin, geh an die Schalte, wird Bankerin. Boah, das war alles gar nicht mein Ding. Ich bin gar nicht der Typ, der nur im Büro sitzt, also, nee. Aber das war so der Plan eigentlich. Ich habe dann so gesagt, ja, so Berufe, was mir mal gefallen hätte, wäre so am Flughafen, hätte ich gern gearbeitet. Weil mir hat schon immer gefallen, verschiedene Nationalitäten und verschiedene Sprachen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also, so Stewardess hat mir gefallen. Dann hat meine Mutter gesagt, du bist zu fett und bist zu klein für Stewardess. Ja, das ist ja genau, das braucht man. So die Familie, die hinter einem steht, die dann sagt, du bist zu fett, du bist... Und zu klein, weil damals war ja Stewardess, ja. Ja, da hast du sonst was gedacht. Die Jo sagt zu Stewardess, die Saftschubse, ja, weil im Endeffekt ist es ja eine billige Gastro, also einfach nur Gastro in der Luft, ja. Aber im Endeffekt, früher wurde da ja ein Heiti-Teil drum gemacht, dass da Topmodels Stewardesse waren. Ja, lange Beine, gut geschminkt. Also habe ich mir das ja schnell abgeschminkt, aber so am Boden, ne, hätte man ja auch am Schalte arbeiten können. So was hätte mir auch gefallen. Tierarzthelferin habe ich mich tatsächlich beworben, obwohl ich gar kein Blut sehen kann. Aber ich mochte halt Tiere schon immer. Oh, hör mal auf mit diesen ganzen Praktikas. Ich war ja auch mal in der LVA. Ich war in der LVA, ich glaube, die heißt mittlerweile anders, ich bin mir sicher, in Speyer. Ich war in der AOK in Speyer. Ich war in der Sparkasse in Speyer. Sparkasse war ich dann im Kundenmarketing, Geschenkeverpackung wegschicken. Lauter so komische Storys. Ich war damals, ich glaube, ich war zweimal im Lebensmitteleinzelhandel sogar. Ne, ich war einmal. Damals war das noch Marktkauf. Also, die Bürojobs waren Horror. Das war, ganz ehrlich, sorry, ich muss mal das reingrätschen. Wer sagt, es ist die Erfüllung, Excel-Tabellen zu bearbeiten, irgendwelche Ordner zu sortieren, sage ich, der hat keinen Spaß. Also, eigentlich war so das Schlimmste, Verkäufer werden. Und am Ende bin ich halt genau Verkäufer, Kaufräumeinzelhandel, genau das habe ich gelernt. Zwar im Textilbereich erst mal, dann später eben Lebensmitteleinzelhandel. Aber genau das war so das, wo sich keiner für mich gewünscht hatte, weil das war so, ach Gott, Verkäufer. Aber da muss ich jetzt auch nochmal hier kurz reindribbeln. Das beste Spruch, den ich mal auch aus dem nahen Umfeld gehört hatte, war, also es war schon auf mich bezogen, aber ich wurde persönlich angeschrieben, nicht, dass du dann Regale einräumen gehst wie der Dommer. Da habe ich mir gedacht, das ist krass, zu sagen, Regale einzuräumen. Und dabei ist ja Einzelhandel viel mehr als nur Regale einzuräumen. Und da hatte ich ja schon mal eine Führungsposition inne, wo du eigentlich weniger gepackt hast, sondern viel mehr gemanagt hast. Aber da sage ich mir, wüssten die Leute, was Leute, was Menschen im Einzelhandel heutzutage verdienen, die die Form auch außertarifisch bezahlt werden im Lebensmitteleinzelhandel, dann schmeckt der Spruch nicht mehr ganz so gut. Der Spruch schmeckt gar nicht gut, weil das Gehalt ist wirklich, das muss man sagen, es gehört zu den oberen 10% des Gehalts, definitiv 100%. Gerade im Lebensmitteleinzelhandel, wenn man bei den Großen beschäftigt ist, definitiv. Aber ja, es ist ja auch irgendwo, will halt auch keiner machen. Das muss ich mir aber auch dann wieder so sagen, wenn wir Thema Umfeld sind, was ist das für ein Umfeld, die dich dann quasi so diskreditieren oder dir das abschreiben, dass es ja minderwertige Arbeit ist. Ich habe noch nie zu jemandem gesagt, warum schaffst du an der Rezeption, warum bist du Sprechstunden-Gehilfin oder Gehilfe, warum fachst du Stapler, warum, keine Ahnung, gehst du LKW, ich habe noch nie einen Beruf in Frage gestellt. Die Leute haben einfach Klischees im Kopf und das ist einfach so, das ist so den ihr Ding. Das Ding ist aber, das fand ich immer so krass, ich habe ja im Textileinzelhandel gelernt, in einem mittelständischen Unternehmen und die verkaufen mittelständische Marken, bis es vielleicht, naja, hochwertig geht, so mittelständige Marken. Sagen wir mal so, ne, so ein schöner Rosner, Prax, ne. Ja, die Elite. Bugatti. Ja, schön, Bugatti. So die Geschichte. Daniel Hester. Und das Lustige ist, also ich habe da ja gelernt und es war, also es war wirklich als Abteilungsverantwortliche, es war wirklich nicht viel Geld. Also von dem Geld schon damals, und das war wirklich 2000, mir eine Wohnung und ein Auto leisten zu können, da hätte ich mir aber sonst nicht mehr viel leisten können, ne. Also ich habe ja da noch zu Hause gewohnt. So, aber das Ding ist, jetzt ist man halt in diesem Textileinzelhandel, da muss man ja auch nach was aussehen. Das heißt, man muss natürlich auch immer die neuesten Klamotten haben, natürlich bekommt man dann auch Mitarbeiterrabatt, so ist es auch nicht. Man bekommt, wow. Aber prinzipiell setzt man diesen, also man setzt fast das, was man verdient, wieder dort um, weil man ja stets und ständig neue Klamotten sieht. Als junger Mensch will man dann ja auch neue Klamotten, dann braucht man noch ein paar Schuhe, die müssen passen. Geschminkt sein muss man auch, die Haare gemacht und, und, und. Also immer so, ja, ich sage mal so, wie man auch das Klischee eigentlich vom Douglas kennt, ne. Ja, die müssen ja immer fein getunt sein, die aus dem Douglas. Getunt, genau, so. Weil, da ist man ja was Besseres, ne. Jetzt sage ich mal so, im LEH zu sitzen an der Kasse, die Leute, die im Lebensmitteleinzelhandel in der Kasse mit 20 Stunden arbeiten, verdienen mehr, wie diese, sage ich mal. Vollzeitler. Ja, wie diese Vollzeitmitarbeiter aus dem Textileinzelhandel. Ähm, die schick aussehen. Ja. Ja, und die an der Kasse, gebe ich euch Brief und Siegel, geben nicht ihr ganzes Geld dort aus für Klamotten, ja. Äh, weil das braucht man gar nicht. Wir haben, ne, Mitarbeiterkleidung und gutes. Ja, mittlerweile gab es dann auch gute und schicke Mitarbeiterkleidung. Das war nicht immer der Fall. Ähm, ja, aber das ist dann mal, oder oftmals denke ich mir dieses Umfeld, was sich dann halt eben schlecht redet, ne, oder sich indirekt schlecht redet, dass sie sich eigentlich selber schlecht reden, dass sie selber vor sich selbst keinen Respekt haben in dem Beruf, den sie ausüben, weil de facto ist es ja so, über 80 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der BRD üben ihren Job aus, damit sie ihn ausüben, damit sie den Kühlschrank voll machen können, damit sie ihre Miete bezahlen können, ihren Kredit bezahlen können, oder, oder. Ja, aber im Endeffekt, was ist das denn? Der Mensch ist ein Rudeltier und das Bedürfnis, was der Mensch hat, er möchte, dazugehören. Und am liebsten zur breiten Masse. Deswegen Mainstream, alles das machen, was gerade hip und klippi und nippi ist. Und das ist halt so das, was mich so an der Gesellschaft etwas nervt, dass halt oftmals einfach das Hirn ausgeschalten wird und einfach nur irgendwelchen Idealen und irgendwelchen Trends hinterhergelaufen wird. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier im Baumhaus sitzen und nix mitkriegen von der Welt und auch keine Trends feiern oder so, ja, das soll das jetzt mal gar nicht heißen. Aber einfach blind weg, ja, irgendwelchen Medien oder Werbung hinterherzurennen, ohne mal einen Kopf einzuschalten. Ich meine, das hat ja schon immer funktioniert. Das ist halt echt schwierig. Die Medien waren ja, das haben ja Politiker schon immer ausgenutzt, das ist ja nichts Neues, das war schon im alten Rom so, ja, das hat sich in die Neuzeit auch so verlagert, das ist nichts Neues, dass du so, die bedienen sich ja dem Medium. Ja, aber deswegen arbeitet dann halt, ich sag jetzt einfach mal fiktiv Zahlen, das hat jetzt nichts mit der Realität zu tun, aber deswegen arbeitet jemand lieber Vollzeit für, sagen wir mal, 1600 Euro netto von morgen zum 10 bis abends um 19 Uhr, bedient aufwendig Kunden, das ist wirklich aufwendig, zu beraten, auszumessen noch, was für ein Anzug, was für ein Hemd, was für eine Krabatte und noch zu helfen, Schuhe vielleicht an- und auszuziehen. Komplett, also tut die Komplettig. Also es ist wirklich ein Full-Service, ohne Trinkgeld, ja, keine Ahnung, vielleicht, wie gesagt. Dann dürftest du das Trinkgeld noch nicht mal annehmen, weil es eine Compliance-Regelung gibt. Also ich sag mal so, wie gesagt, die Zahlen, die ich hier nenne, sind völlig fiktiv, ich habe keine Ahnung, was man verdient, ne. Aber da hat man dann seine 1,6, ne, und gegenüber demjenigen, der vier Stunden, fünf Tage die Woche an der Kasse sitzt, drüber zieht, ja, auch das ist anstrengend, ich will das überhaupt gar nicht runterspielen, weil dieses Gepiepe und das Konzentrieren, das muss ja auch die Kasse stimmen, das ist schon auch anstrengend, ja. Aber nichtsdestotrotz, und die Person sitzt da, ähm, hat Arbeitszeiten, hat verschiedene Schichten, bekommt ab 18 Uhr Zuschläge, ab 20 Uhr Zuschläge, ja, ähm, und hat im Endeffekt wahrscheinlich, wenn es jetzt, sag mal, ein Monat ist mit vielen Spätschichten oder vielen Überstunden vielleicht noch, hat die Person einfach vielleicht mal 2, 2, 2 netto, ja, für 20 Stunden. Oder vielleicht musst du mal Sonntag sein, die Filiale nochmal 100% zuschnallen. Also, irre. Und der Fuck, vielleicht gibt es mal eine Feiertagsregelung. Aber egal, Hauptsache, was sagen die Leute, ne, die Leute, ach Gott, ich kann mir nicht sagen, ich sitze an der Kasse. Ja, das ist so klein, klein denken, ne. All die Leidmensch, ich hab nix gelernt, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen, das sitze du an der Kasse, ja. Aber was glaubst du dann, du? Oha? Hast du gesehen? Die Arme rüsten, wie sie an der Kasse sagt? Die war doch studieren. Irre. Ja. Ja, richtig dämlich halt, ne. Und deswegen ist das Umfeld einfach umso wichtiger. Das Umfeld ist der Schlüssel zum Rest. Weil das Umfeld sollte solche Themen abfangen, vielleicht auch mal so Dinge kritisch hinterfragen. Und dein Umfeld sollte einfach ein Umfeld sein, was dich fördert, vielleicht auch manchmal fordert. Positiv auf jeden Fall motiviert, wenn du Dinge angehen willst oder Dinge tust, ja. Also Gegenwind, wenn man immer nur Gegenwind hat, ist nicht gut. Ja, ein Flugzeug hebt mit Gegenwind ab. Ich weiß, auch das ist manchmal wichtig und ich bin auch so jemand, den negativ Dinge noch mehr anspornen, noch mehr rauszuholen. Also mir ist nochmal doppelt so viel zu beweisen. Aber nichtsdestotrotz ist es schwierig und man sollte wirklich prüfen, was für ein Umfeld habe ich. Weil oftmals ist es wirklich so, dass das Umfeld abfärbt und ja, da muss man halt einfach wissen, will man das? Also will man einfach 40, 50, 60 Jahre 9 to 5 arbeiten, immer zu wenig Geld haben, vielleicht auch noch ungesund essen, keinen Sport machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich total sportlich bin, im Gegenteil. Ja, also ist es die Erfüllung, nie irgendwie über was nachzudenken, einfach immer nur fürs Wochenende zu leben, zu sagen, Juhu, Wochenende, Sauferei, Feierei, tralala, ja. Ich sehe es doch auf Facebook, für alle, die noch auf Facebook unterwegs sind, die können ja sehen, Veranstaltungen in der Nähe oder du suchst explizit Veranstaltungen, je nachdem, wie über das Geo-Tracking-Veranstaltungen promotet werden, werden die Veranstaltungen vorgeschlagen. Leute, das siehst du auch von deinem Freundeskreis, der Fernseher zugelassen haben, wo sie denn überall interessiert sind oder wo sie teilnehmen. Die sind eher gewillt, ja, feiern zu gehen, den nächsten Vollrausch zu planen, wie sich mit dir hinzuhocken und ein geiles Geschäft durchzuplanen, ja. Um Gottes Willen, man muss sich nicht jeden Tag sagen, wie geil man ist, um Gottes Willen. Aber du brauchst Leute, die dir was gönnen, du brauchst Leute, die dich supporten, du brauchst Leute, die dich nicht in den Himmel heben, aber dich gewinnen sehen wollen. Und nicht einfach nur dahin leben und zu sagen, ey, kommst du da mit. Und wenn du nicht mitkommst, bist du irgendwann komisch. Vor allem wäre es mal hilfreich, ein Umfeld zu haben, das einen unterstützt. Und da will ich wirklich mal ins Detail gehen. Also prüft mal wirklich, wie unterstützt oder unterstützt auch euer Umfeld euch nicht. Ja, weil, keine Ahnung, also um Gottes Willen, für mich geht es jetzt wirklich nicht um das Thema Geldbeutel, ne. Also diese, zeig mir die fünf Leute und ich zeig dir, was du verdienst. Das mag sein, aber ganz ehrlich, ich lasse mir nicht, wenn ich Leute kennenlernen, Gehaltszettel zeigen oder denk mir, was die verdienen. Also so materialistisch, ob das immer gut ist, mag sein. Muss jeder für sich entscheiden. Ich will gar nicht drüber urteilen. Aber das Thema Unterstützung ist einfach ein wichtiges Thema. Und die Frage ist, was heißt Unterstützung? Unterstützung heißt, überleg dir einfach mal bei dem engsten Umfeld, was du hast. Familie, Freunde. Wie oft wurdest du um Hilfe gebeten und wie oft hast du um Hilfe gebeten? Wenn du um Hilfe gebeten hast, hast du die bekommen. Wenn du um Hilfe gefragt wurdest, hast du Hilfe gegeben. Ist natürlich auch so eine Sache. Die Frage ist die, inwiefern wird man unterstützt? Dass man sagt, keine Ahnung, die Dinge, die man tut, werden unterstützt und gefördert. Zum Beispiel, du bist Fußballspieler. Geht dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde, kommen die zu einem Spiel, wo du Fußball spielst? Es ist vielleicht dein wichtigstes Hobby, was du hast. Sind die vielleicht auch da oder vielleicht kommen sie nicht immer, aber vielleicht fragen sie mal, wie ist das Spiel gelaufen? Wie habt ihr gespielt? Hast du ein Tor gemacht oder so? Also einfach schon mal so ein banales Interesse fängt es für mich an. Dann gibt es natürlich die Sache, wo Leute vielleicht eine Unterstützung brauchen, weil zum Beispiel seid ihr gerade auf Jobsuche. Habt ihr Leute in eurem Umfeld, die dann auch mal für euch sich umhören? Ob es irgendwo einen Job gibt, eine Empfehlung für euch aussprecht? Vielleicht habt ihr gerade auch die Idee gehabt, ihr gründet ein eigenes Geschäft. Es ist ja total egal, was das jetzt für ein Geschäft ist. Ob wir jetzt hier von einem Network sprechen oder ob wir jetzt hier von einer T-Shirt-Druckerei sprechen, ist ja total wurscht. Die Frage ist, erstens, kauft dein Umfeld bei dir ein? Klar, wenn man jetzt eine T-Shirt-Druckerei hat, klar, man lässt sich jetzt nicht jeden Monat ein T-Shirt drucken, okay, aber keine Ahnung, sag mal mal, du machst eine Friseur auf. Lässt sich dein Umfeld jetzt bei dir die Haare schneiden und machen? Ja oder nein? Wenn sie sich nicht die Haare bei dir schneiden lassen, weil sie vielleicht eine Glatze haben, kann ja auch sein, teilen sie zumindest mal deine Werbung, verteilen die ein paar Flyer für dich, tun die über WhatsApp, Instagram, Facebook, tun die deine Eröffnung teilen, machen die das, tun die dich empfehlen bei Bekannten, bei Arbeitskollegen, bei Familie, sagen die, ey, meine Freundin, die hat gerade einen Laden aufgemacht, voll cool, die macht voll schön die Haare, was weiß ich. Mach das dein Umfeld. Das ist die Frage, bekommst du Support oder ist es vielleicht sogar so, dass die Leute extra nett drüber reden, weil die Leute dich scheitern sehen wollen? Ist es vielleicht so, dass deine beste Freundin hinter deinem Rücken hingeht und zu ihrem Mann sagt, ach, guck mal, glaubst du wirklich, jetzt mach dir einen Friseurladen auf, stell dir mal vor, was das für Schulde bestimmt sind und ach Gott, wir haben hier schon so viel Läde und vielleicht macht er ja wieder zu und ach nee und so gut ist die, ach nicht und ich geh doch nicht hin, das ist mir zu teuer. Oder ist es vielleicht das? Also das sind so Dinge, die sollte man sich vielleicht mal reflektieren und mal einfach überlegen, wie benimmt sich dein Umfeld gegenüber dir? Ist es so, dass es zum Beispiel, wenn man telefoniert, ist es ein Austausch von Gesprächen oder von Informationen oder ist immer nur einer am Reden und der eine hört immer nur zu oder geht es immer nur um die Probleme von dem einen und die anderen Probleme oder in Anführungszeichen Probleme gibt es nicht, es gibt nur Hindernisse. Oder vielleicht bist du einfach nur der Mülleimer für die Leute. Ja, oder genau, oder ist man einfach nur der Auskotz-Mülleimer und soll immer nur helfen, aber, ne, also die Frage ist, es geht jetzt hier wirklich nicht um die großen Dinge, es geht nicht darum, ob dein Umfeld dir jetzt komplett mit dir den ganzen Umzug gemacht hat oder zum Beispiel sogar, vielleicht hat dein Umfeld ein LKW und hat dir jetzt ein LKW geliehen, dir den ganzen Umfeld gemacht, darum geht es nicht, es geht um die kleinen Dinge. Manchmal geht es darum, ob jemand deinen Beitrag liked, ob jemand deinen Beitrag kommentiert, ob jemand deine Story teilt, das sind so die Themen, wo es auf Social Media um Support geht. Oder wirst du schon ignoriert. Ja, aber ich meine, das muss man auch nicht überbewerten, ich muss dazu sagen, meine Freunde sind jetzt auch nicht so extrem aktiv, immer auf Social Media, wie ich jetzt unbedingt, ne, wenn ich jetzt mal an die Jo denke zum Beispiel, keine Ahnung, wie oft die da ist. Ja, aber sogar sie hat sich jetzt einen YouTube-Account gemacht und hat uns abonniert, ja, na klar, macht sie das. Aber ich kann jetzt nicht erwarten, dass die jeden Tag bei meinen ganzen Posting-Mengen da reingeht und alles liked und macht und tut, ne, also darum geht es ja auch nicht, muss ja nicht übertrieben sein. Aber kleine Gesten, die zählen halt einfach und die Frage ist halt, sind diese kleinen Gesten da oder sind sie nicht da oder ist es vielleicht oftmals selbstverständlich, ne, also ist es selbstverständlich, dass du vielleicht immer, keine Ahnung, da bist und mit dem Hund rausgehst, wenn es keiner kann oder den Briefkasten leer machst oder den Müll leerst oder Müll rausfährst, wenn die Leute im Urlaub sind oder einen Salat machst, wenn irgendeine Feier ist oder einen Kuchen bäckst. Also sind die Dinge selbstverständlich oder werden diese Dinge auch wertgeschätzt und kommt auch was zurück? Also ich finde, das hat auch viel zu tun. Also erhältst du von deinem Umfeld Support oder ist der Gegenwind einfach größer und es wird nur negativ gesprochen? Ne, also das muss man sich mal überlegen. Und ihr müsst euch jetzt mal überlegen, wir reden jetzt schon, ich weiß nicht wie lange und wir haben noch nicht einmal über Network Marketing gesprochen. Es ging jetzt einfach nur um dein normales Leben. Und jetzt stell dir vor, du willst dem Network Marketing durchstarten. Was du da erlebst, ne, du denkst, wahrscheinlich... Ja, du erlebst eigentlich nur Bullshit. Ja, wahrscheinlich warst du, hast du eine GP gehört oder sagen wir mal so, vielleicht hast du dir Produkte gekauft, du bist voll begeistert, wow, die Produkte sind richtig geil, keine Ahnung, ich habe sieben Kilo abgenommen in neun Tagen, so war es bei mir zum Beispiel, ja, und ich bin hoch begeistert und auch viele andere sind hoch begeistert, ne, oder die wollen das auch und so und was ist das und so weiter, ne. Keine Ahnung, dann hörst du vielleicht mal eine GP an, gehst auf eine Veranstaltung, bist total gehypt, weil egal wie es ist, egal wie das Network heißt, wahrscheinlich haben die alle qualitativ sehr hochwertige Veranstaltungen und gute Speaker, die da sind, ja, weil das einfach alles self-made Leute sind, die mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung tagtäglich arbeiten, also tagtäglich arbeiten die an sich selber, um sich zu verbessern in ihrem Mindset, in ihrem Sprechen, in ihrer Motivation, in ihrer Positivität, ja, also die, die gehen den Weg des Widerstandes, weil sie setzen sich ja gegen eine breite Masse durch, sage ich mal, ja, so, und du bist total gehypt und was weiß ich und kommst jetzt nach Hause und sagst, ey, Leute, wir fangen jetzt unser Business an, ne, ich hab mir jetzt hier, keine Ahnung, eine Kiste gekauft oder auch nicht, die Produkte sind geil, wir starten durch und dann erwartest du natürlich als hochmotivierte Person, dass alle rufen, hurra, ja, let's go, let's go, Diamond und dabei erwartet dich die erste Wand von langen Gesichtern, Getuschel oder sogar Leuten, die sagen, so eine Scheiße. Aber da habe ich neulich was Gutes gelesen, das ist wahrscheinlich schon ein uralter Quote auf Social Media, du wirst mehr von einem Fremden unterstützt wie von deiner eigenen Sippe. Ja, das stimmt. Du wirst mehr unterstützt, du erfährst mehr Unterstützung durch einen Fremden aus dem Internet. Klar, die Jungs und Mädels, die kennen dich nicht, ne, die haben dich nicht aufwachsen sehen, ihr wart nicht feiern, dies, das. Aber die sehen, was du da transportieren willst und die wissen, was du machen willst und die supporten deinen Shit, ne, aber dein nahes Umfeld, die, von zehn kannst du zwei nehmen, so mal dumm gesprochen, die Quote. Ja. So, und der Rest, der Rest macht's Maul auf, babbelt dumm oder gönnt er's nicht. So, fertig. Jetzt muss man bei uns dazu sagen, jetzt sind wir natürlich zwei Menschen, die ins Network sind, aber halt in ihrem Leben schon einiges erreicht haben und sich einiges erarbeitet haben. Jetzt muss man sich so vorstellen, bei uns kam jetzt, also bei mir kam jetzt keiner, der gesagt hat, na, so ein Scheiß-Schneeball-System, also das hat man mir offen nicht ins Gesicht gesagt, weil es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass ich irgendwann mal auf der Hauptschule war und heute irgendwann einfach mein Studium gemacht habe, aber halt einfach 800 Mitarbeiter geführt habe, ne. Also das kann man halt nicht von der Hand weisen, das habe ich mir halt erarbeitet und es ist halt so, ne. Und deswegen wird man wahrscheinlich zu jemandem wie mir nicht sagen, was für ein Bullshit, was für ein Scheiß, warum machst du das jetzt, ne. Kommt bei mir nicht, aber die Leute machen es hinten rum und es ist noch viel schlimmer, weil du hast überhaupt keine Chance zu argumentieren, beziehungsweise du hast gar nicht die Chance, denen das Ganze mal zu erklären, nicht weil du willst, dass solche Leute bei dir im Geschäft anfangen, lass es bitte, lass es, du handelst dir nur Ärger ein, sondern einfach nur, weil du möchtest, dass die mal verstehen, was man eigentlich tut. Aber selbst das wird ja nicht gemacht. Es wird einfach nur gelabert, es wird gegoogelt, es werden irgendwelche Negativberichte geguckt, dann wird sich das Maul zerrissen, hinterrücks natürlich und ich sag dir, es sind die Menschen, mit denen du im schlimmsten Fall groß geworden bist, die deine Familie sind oder sonst was. Das ist natürlich das, was am meisten enttäuschend daran ist. Aber am geilsten wäre es doch, das sagt ja auch der Senior Beck, ne, das wäre doch das geilste, wenn du mit deinen fünf besten Freunden was starten könntest. Das stimmt. So, ne, aber das ist halt nicht die Realität. Deswegen, das ist jetzt hier kein Tipp, keine Schulung, am Anfang vertraue nicht auf die, die du schon kennst, vertraue auf die, die du noch nicht kennst, ganz easy. Naja, also gar nicht auf die zu vertrauen, die man kennt, ist jetzt auch falsch, weil es sind ja schon einige dabei, die dann schon auch hinter dir stehen und mitmachen, aber es ist halt, von 100 Leuten, die du kennst, sind es vielleicht 10, ne, also es ist halt wirklich eine kleine Anzahl. Aber, nichtsdestotrotz, nimm dir, lass dir die Motivation nicht nehmen und es ist einfach so, dass dein Umfeld ist zwangsläufig, wird sich das ändern, weil du dich auch veränderst. Und ganz ehrlich, ich bin heute 40 Jahre alt, ich will doch heute nicht mehr sein wie mit 30. Also wenn ich doch heute noch so wäre wie vor 10 Jahren, dann wäre doch was schiefgelaufen, dann wäre ich doch komplett stehen geblieben. Wenn ich heute noch so wäre wie vor, keine Ahnung, 25 Jahren, dann würde ich heute wahrscheinlich noch mit dem Wichsepony rumrennen und der Palme und den neofarbenen Leggings. Deswegen in eine Grußkarte zum Geburtstag oder wie auch immer, nett reinschreiben, bleib so wie du bist, sondern vielmehr, ich hoffe, du wirst ein anderer sein. Ja, weil, das habe ich glaube ich auch mal hier irgendwo reingebrabbelt, nee, das habe ich wieder gelöscht gehabt. Das wollte ich in der Weekly Book mitmachen, wo ich mich so aufgeregt habe, was wollte ich denn da konkret sagen? Ach, jetzt habe ich es vergessen. Jetzt ist es weg. Erzähl du weiter. Auf jeden Fall war das... Ja, aber auf jeden Fall, man verändert sich doch, man ist doch ein anderer Mensch und es ist doch auch schön mit anzusehen und ja, also dann so zwangsläufig wird sich auch dein Umfeld ändern und nicht unbedingt, weil du das jetzt, vielleicht willst du es, dann bist du wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, aber meistens passiert es, weil du es nicht unbedingt willst, aber du einfach an die Sache glaubst und einfach durchziehen willst und einfach was für dich erarbeiten willst und was erreichen möchtest und die Leute dir einfach im Weg stehen und das Schlimme ist, also ich nenne das ganze Kind sowieso nicht gerne Network Marketing, weil das einfach schon irgendwo ein verbrannter Name ist. Für mich ist das ganz einfach ein Vertrieb. Wir arbeiten im Vertrieb. Der einzigste Unterschied ist, wir werden nach Leistung bezahlt und nicht nach einem fixen Gehalt. Das ist der einzigste Unterschied, ja. Call it, Vertrieb, fertig. Ich meine, klar, es gibt noch einige viele Bonisse, die man halt in der normalen Wirtschaft nicht hat, also man kann kostenlos auf Reisen gehen, das hat man halt so in der normalen Welt nicht zum Beispiel, aber sonst im Groben ist es ähnlich und ja, ich urteile doch auch nicht über den Job von meinem Nachbarn. Also ich sag doch auch nicht, was weiß ich, ey, stell dir mal vor, der arbeitet in der Fabrik, oh, der muss Schicht arbeiten, stell dir mal vor. Ist der blöd. Mach ich doch. Machen wir nicht. Oder ich sag doch nicht, ah, stell dir vor, der stellt Düngemittel her oder der macht. Da hat mein Bruder auch was Richtiges gesagt. Plastik, Deckel, keine Ahnung. Da hat mein Bruder auch was Richtiges gesagt. Es verdient doch jeder, heutzutage, wenn du siehst, was für Zusatzleistungen vom Staat kommen, wie auch Sachen ausgenutzt werden. Da hat mein Bruder auch was Richtiges gesagt und zwar, so blöd wie es klingt, aber es verdient doch jeder Respekt, sobald er arbeiten geht. Ja, ist doch erstmal zweitrangig, was du da arbeitest. Aber solange du nicht auf dem Staat auf der Tasche hockst irgendwo, ne, wenn du für dich betreibst. Ja, aber das Einzige ist auch, wie anmaßend ist es, über jemandens Beruf zu urteilen. Ich meine, was geht mich das an? Natürlich. Also denjenigen, die gemacht das, vielleicht hat er Spaß dran, hoffentlich hat er Spaß dran, hoffentlich ist seine Erfüllung. Und nochmal, ich sag, ich sag, weil die Leute sich selber schlecht fühlen, müssen sie dich herabsetzen, damit ihre Scheiße einfach besser aussieht. Ja, und ich sag euch noch was, ja, also ganz ehrlich. In den vergangenen zehn Jahren mit Sicherheit, ja, also ich hab wirklich jeden Tag zehn bis siebzehn Stunden gearbeitet. Jo. Jeden, ich sag's jetzt nicht, also jeden Tag, okay, klar, außer sonntags, aber manchmal auch. Ah, sonntags war man auch fleißig. Manchmal auch, ja, aber eigentlich hatte ich eine Fünftagewoche, oftmals war es aber auch eine Sechftagewoche, ne. Und ich hab das wirklich gerne, gerne gemacht, ne. Aber von diesen 365 Tagen hatte ich 36 Tage Urlaub im Jahr und in diesem Urlaub hab ich gesagt, ich muss hier raus. Ich muss einfach was anderes sehen, was anderes hören, um einfach abzuschalten, weil sonst können wir mich irgendwann, äh, klappe ich zusammen, ne. So, das heißt, wir waren jeden Urlaub weg. Wir waren zweimal im Jahr vielleicht in den Staaten sogar, wir waren in Kitzbühel Skifahren, wir waren, was weiß ich, Thailand, Mexiko, Domre, Bali, Bahamas, was ihr euch vorstellen könnt. Wir haben uns wirklich viel angeguckt, aber dafür haben wir erstens kein Eigenheim, zweitens, wir waren nie zu Hause. Wir haben 500 Kilometer von unserer Familie weggewohnt, das heißt, ich konnte oder keiner von uns konnte sagen, ach, wir gehen heute Abend mal schnell auf den Geburtstag von der Schwester oder mal auf den Geburtstag von der Oma, das musste geplant werden und wenn es arbeitstechnisch nicht ging, dann waren wir nicht da, Punkt. Dann, ich war nicht auf dem 80. Geburtstag meiner Oma, weil ich arbeiten musste. Es ist einfach ein Fakt. Ich konnte nicht sagen, ich gehe mal mit meiner Freundin schnell einen Kaffee trinken, weil das einfach nicht machbar war, weil ich einfach nicht zu Hause war. Ja, nicht dürfen aufpassen. Aber, was haben die Leute gesehen? Die Leute haben einen dicken Dienstwagen gesehen, was ein Dienstwagen war, es war ja nicht mein privates Auto, es war ein Dienstwagen. Die haben den Urlaub gesehen oder vielleicht sehen auch heute noch den Urlaub und was weiß ich und ach, guck mal, was die anhat, was man anhat. Also die oberflächlichen Dinge hat jeder gesehen, aber die Arbeit, die man dafür geleistet hat, dass man sich das leisten konnte, das wollte keiner sehen. Und da hat sich keinas Maul drüber zerrissen. Wenn er dann nach acht Stunden nach Haus gekommen ist, seine Schuhe in die Ecke gekickt hat und auf die Couch gesetzt hat und sich sein Burger reingeschoben hat und sein Netflix angemacht hat, das hat keinen gejuckt. Und auch hier wieder den roten Faden zu knüpfen, das falsche Umfeld. Ja. Weil, jetzt überleg dir mal, wir haben ja auch sehr gute Freunde, die auch mit uns gearbeitet haben, also die das beispielsweise gleichgestellt waren, bei denen hast du nie so eine negative Scheiße gehört. Ganz im Gegenteil, du hast eher gehört, dieses Umfeld, was dich wieder sehen will, was mit dir was aufbauen will, was dir einen Weg aufzeigen kann, wie was laufen kann und, 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 und. Also da gab es schon mal wirklich genau das Kontrastprogramm zu dem, was haben wir erlebt, was ist gerade Phase, was ist die Realität, beziehungsweise was ist möglich, wenn man sich unterstützt, wenn man gegenseitig an sich glaubt, ne, also, was, ja, man muss es erst mal begreifen, man muss es sehen und dann, ja, wird man eines anderen belehrt, ne. Ja, ich will nur damit sagen, egal was man tut, es wird immer geredet, da gebe ich euch Brief und Siegel, egal was ihr tut. Selbst wenn ihr nichts tut, wird geredet. Wenn man arbeitslos ist, dann ist man der Asoziale wahrscheinlich. Oh, faul. Wenn man zu viel arbeitet, kriegt man irgendwann ein Burnout, wenn man zu wenig arbeitet, ist man faul, genau. Also, es gibt immer irgendwas, deswegen, ich kann euch nur empfehlen, richtet euch nicht nach dem, was gesprochen wird, wenn gesprochen wird, dann sei da, wie sagt man, ist man fame oder so, ne, zumindest, oder ist man in aller Munde, ähm, aber überlegt euch, ob, wenn ihr das in eurem nahen Umfeld habt, überlegt euch, ob ihr das wirklich wollt, weil ich, ganz ehrlich, möchte solche Leute in meinem Umfeld nicht haben, die über mich negativ reden oder das in Frage stellen, was ich tue. Ja, es fängt auch immer, das sind immer dieselben Gespräche, wer will überhaupt wissen, wie es dir wirklich geht. Ja, klar, man muss nicht jedes Mal eine Grundsatzdiskussion, man muss nicht immer diesen Deep Talk haben, aber hört nur auf zu fragen, wie es einem geht. Du willst nicht hören, ob ich am Gewinnen bin, du willst nicht hören, dass es mir blendend geht, du willst einfach nur hören, ob irgendwas schlecht ist. Ja, und das Ding ist, wenn wir fragen, natürlich reden wir, natürlich erzählen wir auch von unserem Job und natürlich sagen wir auch, ja, wenn du jemanden kennst, ne, der sich gern was dazu verdienen will oder was aufbauen will, dann sag uns gern Bescheid und das sagen wir nicht, weil wir händeringend nach Leuten suchen, das sagen wir, weil wir es einfach gut meinen, weil wir Chancengeber sind, weil wir Menschen eine Chance geben wollen, einfach ihr Leben zu verbessern, finanziell frei zu werden und das Leben zu leben, wie sie es möchten. Das machen wir nicht, weil wir irgendwie, keine Ahnung, auf der Battletour sind, das brauchen wir nicht. Es gibt genug Menschen auf dieser Welt und vor allem gibt es genug Menschen auf der Welt, mit denen wir dann auch arbeiten möchten, weil de facto wollen wir gar nicht mit so jemand arbeiten, der so eine negative Einstellung hat, der einfach alles negativ redet und dem man irgendetwas beweisen muss, wir müssen nichts beweisen. Es gibt hier Zahlen, es gibt Daten, es gibt Fakten, es gibt hier, ähm, es gibt eine Geschäftspräsentation, wo man erklärt bekommt, wie das läuft und wir sitzen hier und es gibt noch genug andere Menschen, die haben bewiesen, dass es funktioniert, ne, also und wenn es nicht funktionieren wird, wird es das ganze nicht seit 45 Jahren geben von der Firma, äh, das müssen wir nicht machen, wollen wir auch nicht machen und wir wollen auch mit Leuten arbeiten, die wollen und nicht mit Leuten, die wir dazu bewegen wollen, weil ganz ehrlich Leute, ich setze mich nicht jeden Morgen eine Stunde hin, mache was für meine positive Einstellung für mein Mindset, das mache ich übrigens auch schon seit meinem alten Job, da bin ich morgens um drei aufgestanden und habe das gemacht, ja, also es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich heute mache und das mache ich aber nicht dafür, dass ich dann drei Stunden später mit jemandem mich über, über Grundsatzdinge unterhalten muss, ja, ähm, wie, keine Ahnung, es will keiner was kaufen und, nee, und ich kann niemand was aufquatschen und weiß, weiß der Kuckuck, also sorry, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Lust und das ist nicht meine Aufgabe. Nee, das ist, das ist dann auch vergeudete Zeit, ja, ähm, man muss auch nur gucken, auch heutzutage, wie sich die Menschen selber radikalisieren, die haben ja zu allem, haben die eine super stark ausgeprägte Meinung, auch super, dass das Thema, das ist zu teuer oder, äh, was weiß ich nicht, ah, the fuck, Alter, wenn du dein 800es Bier im Monat saufen gehst, ist es auch noch bezahlbar. Ja, für mich, es ist alles Priorität, das hast du doch vorhin zu mir selber gesagt, Prioritäten setzen. Ja, es ist aber auch nicht wichtig, ob jemand jetzt, äh, was weiß ich für einen Schulabschluss hat, ob jemand sich super artikulieren kann oder gar nicht. Nein, es ist, was wichtig ist, das Einzige, was zählt, ist dein Wille. Ja, deine Dedication. Was willst du erreichen, danach schreiben wir einen Plan, danach handelst du. Das ist das Einzige, was wichtig ist und dass du einfach bereit bist, sich weiterzuentwickeln und eben die Dinge zu tun, die verlangt werden, so wie in deinem Job, also wenn in deinem Job deine Aufgabe ist, dass du Ware verkaufst, dann kannst du nicht sagen, ich kann nichts verkaufen, weil dann ist das dein Job. In einer Stunde habe ich die Präsentation, da werde ich auch wieder über das reden, ungefähr, was wir gerade besprechen. Ja, die Leute werden sich noch 20 Jahre beschweren, dass sie nichts vom Brutto haben, vom Netto wie Brutto nichts verdient haben. Die werden in 20 Jahren noch sagen, die haben nichts von ihrer Rente, ja, aber wer will ihnen was für seine Rente machen? So, die vertrauen auf die Bundesregierung, die vertrauen auf irgendwelche andere Parteien, die irgendeinen Scheiß labern, aber die lagen dir auch in deiner Tasche, die holen das Geld nur anders. Keiner von den Parteien da draußen will überhaupt irgendwie großartig, dass es dir besser geht. Das haben wir doch jetzt gelernt die letzten 20 Jahre. Ja, was über, ich will hier kein Politikum draus machen. Ja, aber mit dem Schröder hat es ja schon angefangen mit seiner Agenda 2010. Ja, die Merkel hat es fortgeführt. Ja, jetzt schreien sie alle nach der AfD, aber die wollen euch genauso von hinten nehmen. Ja, also... Deswegen, gerade das ist halt wichtig, dass man das am besten alles von sich fernhält. Genau. Das heißt, es geht nicht unbedingt immer, ne, aber wirklich einfach positiv. Was hat deine Mutter noch nicht gesagt? Weil wir keinen Fernseher gucken, wissen wir nicht, was in der Welt los ist. Ja. Also wichtig ist, dass man einfach positiv bleibt und das schafft man einfach nur, indem man sich von diversen Dingen fernhält und das ist nicht nur Umfeld, das ist auch Fernsehen, das ist auch Radio, das sind Medien, das ist Zeitung, das sind Gespräche. Am besten davon versuchen fernzuhalten von allen Dingen, die Angst machen, die Negativität schüren und leider Gottes ist es halt so, dass die letzten vier Jahre irgendwie hier alles nur mit Negativität geprägt ist. Ich meine, ich glaube, wir waren schon immer so ein Nörgel, wir haben schon immer so eine Nörgelkultur gehabt, muss man sagen. Also immer ist alles nicht gut genug, obwohl man eigentlich so, so happy sein kann, wenn man gesund ist. Leute, es gibt nichts Wichtigeres wie Gesundheit im Leben. Du kannst alles haben, wenn du krank bist, dann ist alles nichts. Dann hast du einen Wunsch und das ist gesund sein und wenn man das ist, dann kann man so, so dankbar sein, aber auch einfach, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man einen Kühlschrank hat, der voll ist, dass man seine Rechnungen zahlen kann. Das sind alles Dinge, dass man Kinder hat, dass man Hund hat, dass man Familie hat, dass die Familie noch lebt, die Familie gesund ist. Das sind alles Dinge, wo man mega dankbar sein kann. Es gibt keinen Grund, warum man den ganzen Tag einfach nur nörgelt über die Scheiß-Politik, über den Scheiß, was weiß ich, Strompreis und sonst was. Ja, das ist alles da und ja, das ist alles nicht schön, aber lieber setzt die Energie um und tut was, dass ihr einfach mehr Geld habt, dass es euch egal sein kann und dass ihr vielleicht einfach in ein anderes Land geht, wo es euch besser gefällt, wenn es hier einfach so blöd ist. Macht lieber dafür was, weil das habt ihr in der Hand und das könnt ihr ändern. Alles andere ist nur dummes Stammtisch-Geschwätz. Das ist einfach so. Ja, das ist auch ein guter Punkt, mal kurz die Parabel zu schwingen. Unser Geschäft kannst du auch im Ausland betreiben. Ja. Ja, da bist du nicht drauf erpischt, wenn ich jetzt bei, gut, Tengelmann gibt es nicht mehr, ne, oder ne, doch, gibt es noch, keine Ahnung, gibt es die Filiale auch im Ausland, wo ich hinziehen will oder, 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 ne. Ne, das ganze Geschäft kannst du weltweit betreiben. Ja, vor allem, ich möchte mit Leuten lieber über Möglichkeiten sprechen, über Dinge, die man tun kann, über Ideen, die man umsetzen kann. Wie kann man noch mehr Menschen helfen? Wie kann man noch mehr Menschen wirklich helfen, gesünder zu leben? Wie kann man noch mehr Menschen helfen, mehr Geld zu haben, finanziell frei zu sein? Wie kann man Gutes tun? Wie kann man vielleicht, keine Ahnung, irgendwo Geld hinspenden oder der eine baut Brunnen, der andere sagt, er unterstützt Kranke zum Beispiel, ne, also zum Beispiel Krebsforschung oder sonst was, ja. Also lieber unterhalte ich mich doch über so Dinge. Was kann ich tun, dass es mir gut geht, dass ich positiv denke, welche Übungen vielleicht, was hat der eine oder andere? Das sind doch Dinge, über die man sich austauschen sollte und nicht immer dieses Mangel denken. Ja, aber das geht halt nicht, wenn du dich jedes Wochenende betäuben gehst. Das geht nicht, wenn du dich Donnerstag auf der Ladies Night schon betäubt gehst. Das geht halt eben so nicht. Ja, wenn du dich von einem Rausch und die nächste Ablegung jagst und dann versuchst, andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist wie das eine Zitat vom, ob es das Zitat überhaupt wirklich gibt, vom Einstein, ja. Dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, das stimmt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele insgeheim in sich selbst wissen, das, was verkehrt läuft, sie einfach aber niemanden an der Hand haben, der sagt, ich zeige dir einen Weg. Das stimmt. Wer hat einen großartigen Mentor? Überleg mal, wie ich in der alten Firma groß geworden bin. Ja. Da hast du wirklich noch patente Männer gehabt, patente Frauen, ja. Die waren zwar nicht immer politisch korrekt, die waren schon ein bisschen hart und herzlich, aber die haben dir gezeigt, wo es hingeht. Was ist danach gekommen? Danach waren es eigentlich einfach nur noch Leute, die sich weggeduckt haben, die sich nicht für dich eingesetzt haben, die sich selber haben nur sehen wollen, dass sie fortkommen. Ja. So, aber wen hast du wirklich, die Heranwanderung, der Arnold Schwarzenegger wird jetzt viel zitiert, ob er es gesagt hat oder nicht, habe ich jetzt nicht geprüft, aber es wird ihm nachgesagt, dass er es gesagt hat, macht euch gefasst auf eine Generation von lauter verweichlichten Männern. Ich mache jetzt hier keinen Andrew Tate und wie sie alle heißen, Podcast, ja, Fitt und Fresh und sowas, aber es ist doch de facto so, weil dich niemand mehr an die Hand nimmt und zeigt, wie es wirklich läuft. Nein, du sollst irgendwo reinpassen, du sollst irgendwo funktionieren, dann sind alle happy, aber so läuft es halt eben nicht. Ja. Und hier hast du halt einfach ein Umfeld, wo viele verschiedene Individuen zusammenkommen und das muss man wirklich sagen, jeder hat wirklich seinen eigenen Kopf, also jeder denkt mit, egal wie er jetzt unterwegs ist, ja, und man hat ein positives Umfeld, wo man sich einfach wirklich austauschen kann, wo man sich gegenseitig unterstützt und ich sage euch Leute, das ist so, so viel wert. Also gerade auch während Corona oder in den letzten Jahren war das wirklich so viel wert, dass man sich da via Zoom getroffen hat und konnte sich austauschen oder auch telefoniert hat oder auch mal so getroffen hat im Rahmen der Möglichkeiten, um einfach, ja, positive Menschen zu sehen, weil ganz ehrlich, zu viel Negativität macht einfach krank, nachweislich. Also von daher sucht euch wirklich das Umfeld, was euch fördert, was euch weiterbringt, was euch unterstützt, was euch positiv sein lässt, was euch zum Lachen bringt. Ja, manchmal ist es doch auch einfach schön, wenn man sich mit Leuten trifft und kann einfach von Herzen lachen. Manchmal, wenn ich dann von Herzen lache, fällt mir erst auf, wie selten ich noch lache. Ich war früher hier ein Mensch, der hat so gerne gelacht, aber erst, wenn ich mal wieder wirklich wieder so richtig von Herzen lache, fällt es mir auf, wie selten man eigentlich noch lacht. Und das ist doch traurig. Das ist doch wirklich traurig. Das ist einfach kein Humor. Keine Ahnung, was ist los? Ja, sorry, aber die Dinge, wo ihr lacht, kann ich halt nicht lachen. Ja, das ist manchmal sehr infantil, mein Humor, ich weiß. Ja, aber du brauchst ja auch das Umfeld, um das jetzt nochmal abzuholen, wo du einfach, also nicht nur auch die guten Zeiten hast, sondern wo du auch aus dem Schlechten herauswachsen kannst. Ja. Ja, wo man vielleicht auch ein gemeinsames Learning hat, dass es so nicht funktioniert hat und wo nicht jeder halt eben gleich wieder den Kopf in den Sand steckt, sondern halt eben sich gegenseitig wieder upliftet. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Anglizismen benutzen, aber es ist halt eben so. Rise and shine, ne? Ja, also deswegen, sucht euch euer Umfeld weise aus. Ja, das kann man dazu sagen. Aber du galoppierst schon in der Feierabend. Willst du den Podcast schon beenden? Ja. Okay. Aber sonst, wie war der Tag sonst noch so? Mein Tag? Ja, so, jetzt machen wir euch einen Abschluss hier im Podcast. Ein bisschen was, wie ist es gelaufen? Was erwartest du noch vom Tag? Ich erwarte noch ein mega geiles Teammeeting, weil ich habe ein mega cooles Tool. Och, hör mal auf, da hat die Jenny das ganze Wochenende dran rumgetüftelt. Ja, mit dem man richtig geil und effizient arbeiten kann und das flasht mich richtig und ich bin richtig geil drauf, das weiterzugeben. Das ist aber auch wieder nochmal ein Unterschied. Ja, wir bleiben am Ball. Jetzt hast du was entdeckt, was einen Mehrwert fürs Team hat und ohne lange zu warten und zu fackeln, hast das umgesetzt und du präsentierst das heute Abend im Teammeeting. Ja, und wie geil, einfach am Handy. Ich habe am Wochenende gesessen, also klar, der eine sagt jetzt, wenn ich mit Leuten bin, hockt man die ganze Zeit am Handy. Ja, ist auch nicht meine Art, normalerweise lege ich das Handy weg, aber ich arbeite halt mit dem Handy und während ich einfach bei der Familie war, habe ich diese App bespielt. Das spielt. Einfach nur mit dem Handy. Ja, also nicht nur Pokémons fangen über Pokémon Go, sondern halt einfach auch mal was fürs Geschäft machen. Mobil unterwegs im Zeitalter angekommen. Ja. Und ja, genau. Schaut euch um, wie ist euer Umfeld. Haben sie Bock? Haben sie keinen Bock? Ja, und wenn euch euer Umfeld nett passt und euch das gefallen hat, was wir gesagt haben und ihr einfach positiv seiten, ihr Bock drauf habt, wirklich was zu verändern und auch richtig Bock drauf habt, was Neues zu lernen, was dazu zu lernen, euch weiterzuentwickeln, dann meldet euch einfach bei uns und dann gucken wir einfach mal, ob das was für euch ist, ob wir zusammenpassen und dann, wer weiß. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, schaut auf YouTube vorbei, liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren und teilt das Ganze. Ganz, ganz wichtig, dass wir hier nochmal einen schönen Abschluss finden. Abonnieren, liken, kommentieren. Noch irgendwas? Bleibt es mir gesund, bleibt es mir stabil. Let's rock!